ja der verregnet der verregnet jetzt aber noch mal einen hinterher ah die kackbrüstung hallo und herzlich willkommen liebe youtube freunde so eine neue runde battlefield 4 mal wieder am start auf der web flutgebiet mit dem spielmodus wasch und jetzt schauen wir einfach mal ob angreifer oder verteidiger sind vorher war mal angreifer relativ scheiße war das ganz ehrlich haben wir voll auf den sack bekommen und jetzt schauen wir mal dass man die sache hier umdrehen ich habe mich für die aek entschieden sturmsoldat aber ich denke mal die aek ist jetzt nicht großartig in den panzer wollte ich was wollte ich sagen die aek ist relativ für den arsch da ich jetzt in dem leckere panzer hier sitzt typ 95 irgendwas ist das glaube ich und jetzt schauen wir mal dass wir hier die fahr die angreifer blatt machen da kommt schon einer transport fahrzeug den kriegt man eigentlich relativ down ja wohl ja geile sache den kriegt man relativ schnell down so ein transport fahrzeug aber wenn es jetzt da vorne kriegt man dann da oben da oben jawohl und headshot voll ins knie jawohl die laufen da oben entlang also gegen gepanzerte fahrzeuge ist das fahrzeug hier nix ganz klar mannstoppwirkung ist ok und gegen hubschrauber auch ganz geil aber alles andere ist für den arsch so lasst mich hier durch hier vorne laufen sie gammelt sie rum hier kommen sie rechts ne kommen nicht normalerweise kommen sie alle durch den tunnel durch jawohl da kommen schon welche einer und zwei jawohl das lauft leckerer panzer typ 95 a.a.a. a.a. was ist denn das hier achso das ist ein freund der schießt hier den transportteil jetzt habe ich es blickt es müsste eigentlich gleich wieder weg jetzt ist der was ist das für ein scheiß helikopter hier kacke jetzt müsste sie aber gleich durch das tor kommen rein theoretisch rein theoretisch muss mich mal jawohl da kommt schon einer und jawohl einmal zwetschge der scheiß feierbörter oben der regt mich auf hier stürzt ab du sau du elendige batsch hoffentlich schon am arsch so weiter im text hier da kommt wieder die so der ist nicht tot zu kriegen scheiße konto bitch ich schnappe ich mir wenn ich hier weg komme irgendwie so 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 da vorne geht es auch wieder zur sache da bist relativ weit weg jawohl da lauf noch mal einer hoch den kriegt man aber wahrscheinlich nicht angeseleckt hammern falsche so ne bekommen wir nicht scheiße ist zu weit weg haben die kollegen schon erledigt hier gucken wir mal was da vorne hier geht die haben gerade bravo scharf gemacht die schweine die pitches da vorne kommt auch transport den kriegt man blatt den kriegt man blatt jawohl 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 gleich explodiert war war da bumm bada bing oder kompanzer aua 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 arsch transport ja scheiße voll für den arsch nein aua 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 Das habe ich gemeint. So ein gepanzertes Fahrzeug kriege ich mit meiner Munition nicht platt hier. Könntest du vergessen. Da brauche ich ewig. Au, 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 du Arsch. Au, 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 au. Der macht mehr Schaden wie ich. Ganz klar. Muss ich mich hier mal verpissen. Oh, der steht down. Da. Jawohl. Wo ist er? Da, 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 da. Da hinten versteckt er sich. Nein. Was war das? Raketenwerfer. Au, leck. Komm, 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 komm. Jawohl. Recherbonus. Recher. Der scheiß Firebird. Oder besser gesagt, der... Keine Ahnung wie der heißt. Der scheiß Helikopter. Der nervt mich. Jetzt komm, komm, da hinten ist er. Au, wo das? Jawohl. Und Headshot. Bam. Fahrzeug getroffen. Jetzt stürzt er ab, hoffentlich. Jawohl. Gab es aber keine Punkte. Der kommt bestimmt gleich wieder hoch. Das letzte Erwachen, das ist wie bei den Horrorfilmen. Da kommen sie immer wieder. Ja, ich sag's doch. Komm her, komm her, komm her, komm her. Batsch. Immer schön anvisieren. Ja, der verregt nicht. Der verregt nicht. Jetzt aber. Nochmal einen hinterher. Ah, die Kackbrüstung. Komm, jetzt mal wieder. Mit dem MG drauf. Jawohl. Fahrzeug zerstört. Jawohl. So, weiter im Text. So, muss es laufen. Mehr oder weniger. Ja, fucking Panzer. Den krieg ich nicht platt. Der nimmt zu wenig Schaden. Ja, ja. Aua, 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 aua. Du Arsch. Kann mir einer helfen vielleicht? Mit dem Raketenwerfer draufhalten oder sowas. Aber nö, machen Sie nicht. Jetzt müssen wir uns hier verpissen. Komm, verpiss dich. Ja, 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 verpiss dich. Ich muss schnell weg hier. Ich muss schnell weg hier. Da hoch. Da hoch. Los, weg hier. Schwänze. Au. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt als Hinterlader hier. Ahaha. Ahaha. Scheiße. Da ist noch einer. Ah, scheiße. Das wäre ein geiler Kühl gewesen, glaube ich. Also, wenn ich, wenn ich da geblieben wäre und hätte weiter drauf gehalten und die Kollegen hätten mir weiter geholfen, dann wäre es vielleicht ein Kühl gewesen. Scheißdreck. Aber bin ich bis jetzt, bin ich bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Au, fortes. Vielleicht gibt es eine Nullquote. Haha. Da ist schon wieder der Scheißdreck. Und schon wieder abgestürzt. Du bist so blöd. Ah, nein. Transport ist okay. Das ist okay. Den krieg ich mal platt. Komm, du Sack. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Hahaha. Nicht mit mir. Typ 95. Ah, ah. Ah, ah, ah. Wo ist der Scheißtransportteil? Die Musik ertönt. Das ist gleich wieder vorbei, glaube ich. Da habe ich mich gerade verhört. Ja, ich glaube wieder vorbei. Aber jetzt gucken wir mal. Da kommt wieder so ein Fakili. Da machen wir jetzt platt. Batsch. Und nochmal Batsch. Und nochmal Batsch. Batsch. Ne. Mach bloß zweimal Batsch. Scheiße. Und. Und. Jawohl. Äh. Fahrzeug zerstört. Da waren zwei, ähm, Piloten drin. Scheiße. Das wäre ein Double Kill gewesen. Auch schon wieder ein Fotospanzer. Ah, geil. Jetzt ist eh vorbei. Boah. Eine 11 zu 0 Quote. Das hatte ich auch noch nie. Oh. Ich bin immer einmal gestorben irgendwie. Oh. Geile Sache. Eine 11 zu 0. Was ist das eigentlich für eine KD? Ist eine 11er KD, oder? Hahaha. Schauen wir mal. Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Rein theoretisch eine 11er KD, oder? Null. Und 11. Hä? Schauen wir mal. So. Ein paar Ordensbänder. Und das war's. Zusätzliche Punkte. Und natürlich Boost. XP Boost. 25% habe ich da, glaube ich, drin gehabt. So. Geile Quote. Geile KD. Mit einer 11 zu 0 KD verlasse ich euch. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Panzer Action ist am Start. Also, bis denen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020